Ashley stand in der Küche und ließ das große Küchenmesser mühelos durch eine Zwiebel gleiten, als ihr Uhr plötzlich schwarz vor Augen wurde. Sie schnappte überrascht nach Luft und spürte warme, raue Haut auf ihrem Gesicht und hinter ihr ein Lachen, das die Haare in ihrem Nacken vibrieren ließ. Rate mal, wer da ist. Sie musste lachen, packte die Hände, die auf ihren Augen lagen und zog sie weg. Lass das, Skarpin, ich kenne deine Stimme in- und auswendig. Skarpin grinste, fasste ihr Gesicht mit beiden Händen und drückte ihr einen festen und bestimmten Kuss auf die Lippen. Was machst du überhaupt schon hier, fragte sie, als er sich von ihr löste. Habt ihr nicht alle Hände voll zu tun mit diesem Kerl, der britische Schwarzmagie durch die Gegend schmuggelt? Wir haben ihn erwischt, sagte Skarpin. Dachte, ich komme mal früher nach Hause und greife meiner wunderbaren Freundin unter die Arme. Dann kannst du Connor von der Schule abholen, sagte sie. Er wird ausflippen, wenn er dich sieht. Ein großes Lächeln breitete sich über Skarpins Gesicht aus. Ich weiß, das hatte ich vor. Ich bringe ihm Schokofrosche mit, der wird seinen Daddy lieben. Aber erst nach dem Essen, mollte Ashley. Natürlich, natürlich. Wo kämen wir denn da hin? Skarpin drückte ihr noch einen Kuss auf die Lippen, dann zog er die Autoschlüssel vom Schlüsselbrett. Ich leih mir mal deinen fort. Bin gleich wieder da. Es war ein kühler Herbsttag und bunte Blätter tanzten über die mit Kreide gemalten Bilder auf dem Pausenhof. Skarpin stand an seinen Wagen gelehnt und tippte sich ungeduldig, die Arme verschränkt, mit dem Zeigefinger gegen den Oberarm. Schon vor fünf Minuten hatte das letzte Kind sich mit einem schweren Ranzen an ihm vorbeigeschleppt, der über und über mit Einhörern bedruckt war. Er hielt Ausschau nach dem Kind, auf dessen Schultasche genau 34 bunte Dinosaurier waren. Connor und er hatten sie einmal gemeinsam gezählt. Aber der Schulhof war leer und die große Flügeltür am Eingang blieb geschlossen. Skarpin zog seinen Mantel fester um sich und fröstelte im kalten Herbstwind. Draco stolperte erschrocken einige Schritte zurück und starrte mit offenem Mund das Bild an, das sich ihm da bot. Bei genauerem Hinsehen konnte er erkennen, dass die Schädel der Trolle geöffnet worden waren. Im Inneren befand sich eine fleischige, grünlich-rosafarbene Masse. Offenbar hatte es jemand auf die Gehirne dieser Kreaturen abgesehen gehabt. Als ihm die Galle ruckartig die Kehle hinauf schoss, wandte Draco sich schnell ab, um sich nicht übergeben zu müssen. Natürlich war die Frage, wer so etwas überhaupt tat, aber für ihn zu diesem Zeitpunkt viel wichtiger war, warum man ihn an den Tatort gebracht hatte. Jemand wollte ihm etwas anhängen, das war sicher, aber Draco war sich noch nicht einmal sicher, was genau das sein sollte. Etwas schien seine Brust zu umklammern. Eine schwarze, giftige Klaue, Angst und Verzweiflung erfüllten ihn. Draco wollte nur noch weg, sich irgendwo verkriechen und nie wieder auftauchen. Aber Harry würde sicher nach ihm suchen. Ein schrecklicher Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Diese Szenerie hier war mehr als eindeutig. Was, wenn Potter ihm nicht mehr glaubte, dass er nichts mit dieser Sache zu tun hatte? Was, wenn der Letzte, der noch voll hinter ihm gestanden hatte, sich nun auch gegen ihn wendete? Draco glaubte nicht, dass er dieses Gefühl ertragen würde können, und er hatte nichts in der Hand, um seine Unschuld zu beweisen. Benommen wanderte er einige Zeit lang den Berg weiter hinauf, bis das grausige Bild der ermordeten Trolle endlich aus seinem Blickfeld verschwand. Dann setzte er sich an den Rand eines Abhangs auf einen Felsen und vergrub das Gesicht in den Händen. Weglaufen war nicht die Lösung. Irgendwo tief in ihm wusste er das genau. Aber was, wenn niemand ihm seine Unschuld mehr abnahm? Selbst dann, wenn er sich stellte? Was, wenn sie ihn verurteilten? Draco stellte sich selbst ein Leben auf der Flucht angenehmer vor, als ein Leben in Azkaban. Aber wenn er floh und erwischt wurde, dann sah er noch verdächtiger aus, als ohnehin schon. Die Lage schien ihm so aussichtslos, dass ihm Tränen in die Augen stiegen. Er biss die Zähne zusammen. Willst du jetzt verzweifeln? Fragte eine Stimme hinter ihm. Draco erstarrte. Er erkannte die Stimme sofort, in dem Moment, in dem die Person das erste Wort sprach. Loki trat neben ihn auf den Felsen und starrte in die Ferne. Verschwinde! Knurrte Draco. Loki war nun wirklich die letzte Person, die er sehen wollte. Wolltest du nicht antworten von mir? Fragte Loki. Das war doch immerhin der Grund, aus dem du dich davon geschlichen hast. Ich brauche keine mehr, sagte Draco. Ich weiß sowieso schon alles. Tust du das? Loki schmunzelte. Was glaubst du zu wissen, Draco? Dass ich dir vollkommen egal bin. Du hast aus Spaß an der Freude mit mir gespielt. Passend zu deinem Beruf in der Mythologie. Daraufhin lachte Loki kurz auf. Und das ist wahr. Aber er wurde wieder ernst. Es stimmt nicht, was du sagst. Du warst für mich nicht bedeutungslos. Was glaubst du, warum ich dich jetzt in diesem Moment aufsuche? Aber, du musst wissen, ich bin sehr alt. Irgendwann hört man auf, sich an Beziehungen festzuhalten. Man wird immer besser darin, etwas schnell wieder loszulassen. Und in der Welt gibt es so viel wichtigere Dinge als Liebesbeziehungen. Du zum Beispiel steckst ganz schön in der Klemme, wie ich sehe. Jemand versucht dir das Leben schwer zu machen. Und obwohl es mir im Grunde verboten ist, kann ich dabei nicht grundlos zusehen. Warum nicht, fragte Draco trotzig. Du hast mich doch schon losgelassen. Ganz einfach, wie du sagst. Warum reitest du noch darauf herum, fragte Loki. Du bist doch schon lange nicht mehr in mich verliebt. Soll ich mich nun etwa auch von dir betrogen fühlen, weil du Gefühle für den jungen Aurore entwickelt hast? In... wie bitte? Draco sah zu Loki hoch. Das ist doch absoluter Quatsch. Ich habe keine Gefühle für Potter. Unsinn, sagte Loki lächelnd. Sei nicht so verlegen. Das ist etwas Gutes. Aber im Grunde ist das jetzt gerade unwichtig. Du musst dich um deine Zukunft sorgen. Ich will dir ein wenig unter die Arme greifen, aber ich muss mich dabei unauffällig verhalten. Ich gebe dir jetzt einen Hinweis und ich will, dass du ihn gut im Kopf behältst. Du bist schlau, Draco, und von dieser Intelligenz musst du auch Gebrauch machen, wenn du heil aus dieser Sache herauskommen willst. Draco atmete tief durch und stand auf. Okay, sag es mir. Knöpfe, sagte Loki, werden ein Beweis für deine Schuld sein, aber sie werden auch deine Unschuld bezeugen können. Du darfst nicht zu schnell klein beigeben und du darfst nicht davonlaufen. Bitte deinen Freund den Aurore im Hilfe. Entgegen deiner Zweifel wird er sich nicht gegen dich stellen. Draco machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, aber da war Loki schon verschwunden. Unauffällig, als wäre er einfach von einer Böe davon getragen worden und hätte sich im Strom des Windes aufgelöst. Draco ließ sich wieder auf den Felsen fallen. Was sollte er jetzt tun? Er hatte furchtbare Angst davor, ins Ministerium zurückzukehren. Er wusste nicht, was ihn dort erwartete. Bisher war er dort nie mit besonders viel Freundlichkeit und Fairness behandelt worden. Und auch wenn Loki gesagt hatte, dass er Harry vertrauen konnte, war er sich da nicht sicher. Wieso sollte er jemandem glauben, der ihn selbst betrogen hatte? Aber was war die Alternative? Er konnte nur feige den Schwanz einziehen und weglaufen, wie er es immer getan hatte. Draco biss die Zähne zusammen und schluckte aufsteigende Tränen hinunter. Nein, seine Familie hatte sich lange genug so verhalten. Es musste sich etwas ändern. Und selbst wenn er zitterte, aus Angst vor dem, was ihn vielleicht erwartete, er musste endlich aufhören, wegzulaufen. Draco schloss die Augen und atmete ein paar Mal tief durch. Irgendwo wusste er, dass Loki diesmal nicht gelogen hatte. Er konnte Harry vertrauen. Er hatte gar keine andere Wahl. Dann öffnete Draco die Augen, warf noch einen Blick auf die wundervolle Landschaft, die sich vor ihm erstreckte und apparierte. Harry und Skarpin hatten oft Spaß daran gefunden, sich bei einer Fischbude etwas zu essen zu kaufen und von einer Parkbank aus die Muggel bei ihrem alltäglichen Treiben zu beobachten. Nachdem Skarpin im Ministerium nicht aufzufinden gewesen war, suchte Harry diesen Ort auf und wurde fündig. Skarpin saß auf der Bank, den Kopf in den Nacken gelegt und starrte in den Himmel. Harry setzte sich neben ihn. Tut mir leid, sagte er. Shacklebolt hat mir alles erzählt. Wenn ich das gewusst hätte... Schon gut, sagte Skarpin. Ich hätte es dir selbst erzählen sollen. Es ist nur... Ich rede nicht gerne über diese Zeit. Das verstehe ich, sagte Harry und verschränkte die Hände im Schoß. Eine Weile saßen sie nur schweigend nebeneinander und sahen zu, wie Menschen an ihnen vorbeitrieben, wie manche stehen blieben und etwas kauften. Schließlich seufzte Skarpin und beugte sich zu Harry nach vorn, die Ellenbogen auf seine Oberschenkel gestützt. Diese Sache hat mir alles kaputt gemacht. Ich hatte vor langer Zeit einen Mann ins Gefängnis gebracht und sein Sohn hat sich an mir gerecht, indem er mir ebenfalls das genommen hat, was ich am meisten liebte. Mein Sohn, er hieß Connor, er hat ihn in eine Höhle eingesperrt und wollte mich damit erpressen. Aber dann haben wir den Kerl aus den Augen verloren und er ist in einen Konflikt mit einer Gruppe Schmuggler geraten, denen er Geld schuldete. Skarpin atmete tief durch. Die Kerle haben ihn tagelang festgehalten und in der Zwischenzeit war Connor längst. Er schnaufte. Meine Frau hat sich keine drei Wochen später von mir getrennt. Sie hat meinen Anblick einfach nicht mehr ertragen können und ich, wenn ich ehrlich bin, konnte auch Ian nicht mehr aushalten. Ich bin dann monatelang in Depressionen versunken, in Alkohol und, ja, trinken. Und dann kam ein Minister aus dem britischen Zaubereiministerium, hat mich nach England gebracht. Ich wurde ausgenüchtert, poliert und bekam hier eine Arbeitsstelle. Das alles ist jetzt fünf Jahre her. Skarpin sah zu Harry hinüber. Ich will Alison finden, Harry. Ich würde alles dafür tun. Wir finden sie, sagte Harry bestimmt. Skarpin nickte, schluckte und wandte den Kopf ab. Harry klopfte ihm auf die Schulter, dann beugte er sich vor und umarmte ihn. Es tut mir echt leid. Skarpin erwiderte die Umarmung, sagte aber nichts. Mit zusammengebissenen Lippen starrte er in den Himmel. In seinen Augen spiegelt er sich wilde Entschlossenheit. Um die kleine Alison zu finden, zählt er jetzt jede Sekunde. Sie beschlossen als allererstes den Zeugen, deren Anführer Draco angeblich war, noch einen Besuch abzustatten. Als Harry gerade seinen Mantel aus dem Büro holte, hörte er plötzlich Lärm von draußen und eine Stimme, die ihm nur allzu bekannt vorkam. Er packte den Mantel und eilte hinaus. Draco kämpfte gegen drei Wachbeamte an, die ihn davonzehren wollten. Als er Harry erblickte, hält er seine Miene sich für einen Moment auf. Potter! Harry ging entschlossenen Schrittes auf die Gruppe zu. Lass den los, sagte er. Aber, aber, sagte einer der Männer, er ist ein Hauptverdächtiger, Mr. Potter. Ich weiß nicht. Ich sagte, lassen Sie ihn los, befahl Harry mit strenger Stimme. Ich bürge persönlich für diesen Mann. Der Wachbeamte zögerte noch einen Moment, dann ließ er Draco los. Seine Kollegen taten es ihm gleich. Ihr könnt gehen, sagte Harry. Danke, ich brauche euch hier nicht mehr. Mr. Malfoy, bitte folgen Sie mir in mein Büro. Draco blickte Harry unsicher an, folgte ihm aber. Harry ging in sein Büro, wartete, bis Draco ihm folgte und ließ dann die Tür mit einem Wings seines Zauberstabs zu knallen. Dann packte er Draco am Kragen und drückte ihn gegen die Wand. Was hast du dir dabei gedacht, einfach abzuhauen? Bist du verrückt geworden? Weißt du eigentlich, was hier alles passiert ist? Draco sah ihn erschrocken an. Für Harry sagte dieser Blick alles. Er war eindeutig zu Tode verunsichert. Und unschuldig. Er lockerte seinen Griff. Eines der Scriptkinder wurde entführt. Ihr Name ist Alison Whitby. Was? fragte Draco. Seine Stimme klang dabei sehr hoch. Wie bitte? Du bist der Hauptverdächtige, sagte Harry. Und während Draco noch zu einer Salzsäule erstarrte, sagte er, keine Angst, keiner von uns glaubt, dass du es warst. Aber du musst mir sagen, wo du warst. Sofort. Ich glaube, ich wurde entführt, sagte Draco. Ich war irgendwo in den Bergen. in einer kleinen Hütte und dort waren... Was? fragte Harry ungeduldig. Jetzt sag schon, raus damit. Die toten Trolle, drei tote Trolle, sagte Draco. Aber ich schwöre dir, ich habe damit nichts zu tun. Du musst mir glauben, Potter. Harry ließ Draco los. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? Jemand hat mich betäumt und als ich wieder aufgewacht bin, war ich da in den Bergen, sagte Draco. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Harry überlegte noch einen Moment, dann zog er ein Memo auf seinem Schreibtisch und diktierte. Ich brauche ganz dringend sofort ein Ermittlungsteam des Ministeriums für die Spurensuche. Er faltete das Memo zusammen und es flatterte sofort los. Dann wandte er sich wieder an Draco. Kannst du uns zu dem Ort führen? Draco nickte benommen. Harry betrachtete ihn und nahm sich einen Moment Zeit, um tief durchzuatmen. Entschuldige, ist alles in Ordnung mit dir? Erneut nickte Draco. Er sah auf und Harry tief in die Augen. Seine Kehle fühlte sich auf einmal sehr eng an. Dabei musste er daran denken, was Loki gesagt hatte. War er wirklich verliebt in Harry? Danke, sagte er mit fester Stimme. Und entschied, dass es vorerst wirklich egal war. Skarpin schien auch überzeugt von Dracos Unschuld zu sein, denn als er ihn sah, nickte er ihm nur knapp zu und hakte sich bei ihm ein, damit Draco sie an die Stelle apparieren konnte, an die man ihn entführt hatte. Während Draco etwas abseits stand und die Aktivitäten sorgevoll betrachtete, stürzten sich die Spurensuche auf die Leichen der Trolle. Auch die Hütte und das Land darum wurden gründlich untersucht. Harry gesellte sich zu Draco und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ein Kribbeln breitete sich in seinem gesamten Körper aus, aber Draco versuchte es vorerst zu ignorieren. Mach dir keine Sorgen, sagte Harry. Du bist unschuldig und das werden wir beweisen. Das kannst du nicht so einfach versprechen, sagte Draco. Was willst du machen, wenn alles gegen mich spricht? Das kann überhaupt nicht sein, sagte Harry, weil du nichts getan hast. Momentan gelingt es jemandem sehr gut, es nach dem Gegenteil aussehen zu lassen, sagte Draco. Vertrau mir einfach. Harry sah ihn ernst an. Als ich dich das erste Mal bei Amanda getroffen habe, war ich so überrascht. Und noch mehr erstaunt hat mich deine Ausgelassenheit. Es war toll, dich endlich so losgelöst und fröhlich zu sehen. Und du wirst sehen, ich werde dafür sorgen, dass es wieder so wird. Warum tust du das? fragte Draco. Er wusste genau, worauf er mit dieser Frage abzielte. Tat Harry das, weil er ihn als guten Freund betrachtete? Seines Gerechtigkeitssins wegen? Oder bedeutete Draco ihm tatsächlich etwas mehr? Draco wollte gar nicht wagen, darauf zu hoffen, dass es so sein könnte. Aber er konnte fühlen, wie sein Herz bei dem Gedanken einen Schlag zulegte und hoffte, dass man ihm seine plötzliche Aufregung nicht ansah. Harry zog langsam die Schultern nach oben. Er dachte an die Nächte, die er neben Draco verbracht hatte. Er dachte an Dracos Kopf, wie er sich in seinen Rücken presste. Und er dachte, dass er einfach nur sehen wollte, wie Draco endlich seinen Frieden fand. Aber er sagte nur, ich weiß nicht, ich schätze. Und dann wurde er unterbrochen. Ein Ermittler winkte ihn zu sich hinüber. Er kniete im Gras neben der Holzhütte und hatte dort anscheinend etwas gefunden. Ich bin gleich wieder da, sagte Harry. Erst jetzt bemerkte er, dass seine Hand immer noch auf Dracos Schulter lag. Er zog sie weg. Macht ihr keine Sorgen. Draco nickte, trotz des brennenden Gefühls der Enttäuschung, als Harry sich von ihm entfernte. Harry schritt auf den Ermittler zu. Was ist los? Was haben sie gefunden? Der Mann schob das Gras ein wenig zur Seite und zeigte auf einen kleinen runden Gegenstand im Gras. Es war ein kleiner silberner Knopf mit einem Wappen darauf. Harry erkannte es sofort. Ein Symbol mit einem Otter, der einen Fisch im Maul hielt und um den herum sich eine Welle schlängelte. Es war das Familienwappen von Alison Whitby.